Das Deutsche Rote Kreuz sucht Blutspender in Betzingen. Auch in den Kliniken der Region wird die Zahl der Operationen langsam wieder hochgefahren. Dadurch steigt auch der Bedarf an Blutpräparaten. Das DRK bietet daher dringend um Blutspenden. Wer helfen kann und möchte, soll am Mittwoch, den 3. Juni, in die Betzinger-Julius-Kämmler-Halle kommen. Von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr kann dort Blut gespendet werden. Um die geltenden Abstandsregeln einhalten zu können, ist eine Voranmeldung unter der unten eingeblendeten Adresse notwendig. Außerdem erhalten alle willigen Spender eine Schutzmaske.